Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Donkey Kong Country Returns. Welt 4 wartet auf uns und zwar die Höhle. 4.1 Klapperschienen ist unser erstes Level. Werden wir alles finden? Werden wir alles beim ersten Mal schaffen? Ich weiß es nicht. Wir finden es zusammen raus. Auf geht's. Und ich möchte gern mein Diddy wieder haben, weil ich fühle mich ohne Diddy so nackig irgendwie. Oh yeah, wir sind in der Höhle. Wir gucken mal, kommen wir hier rein? Nein, hier kommt Wasser raus. Zuerst mal gar nicht so gut. Eine Banane haben wir schon mal. So, da ist ein Diddy Kong Fass. Nein, da ist ein Fass. Moment, da geht's vielleicht wieder zurück, oder? Hinten ist aber auch kein, da geht's nicht weiter. Gab's ja echt nur Bananen. Okay, Diddy gehört uns. Dann wollen wir mal. Fliegt da jetzt alles in die Luft dort hinten? Dynamit ist aktiviert. Es fehlt aber doch was. Moment, was ist hier? Wir müssen irgendwie dort reinkommen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Alles klar. Ich hab schon gedacht, einmal zu wenig, einmal zu wenig drauf geballert. Aber dort oben gibt's unser erstes Puzzleteil. Das hab ich nämlich gerade so noch gesehen. So, warte mal. Die Dinger können wir auspusten. Aber ich glaub, das bringt nichts, oder? Wollen wir die Lampen auspusten. Hm. Nee, was war denn da drin? Gar nichts. Hinten ist irgendwas. Zwei von fünf. Puzzleteile haben wir. Einmal dort. Oh, das ist ein Lornlevel, oder? Das ist ein Lornlevel. Naja, gut. K haben wir. Hier geht's weiter. Oh mein Gott, hier stürzt alles ein. Hm, aber hier könnte es auch ein Bonuslevel geben. Jawohl. Sehr schön. Oh nein, wieder springen, oder? Das war easy. Das war easy. Das war easy. Das ist schon unser drittes Puzzleteil, was wir hier haben. Wow. Drei von fünf. Außer, dass hier alles in die Luft fliegt. Sieht's hier doch eigentlich ganz gut aus. Das Ohr haben wir auch. Sehr schön. Ähm. Wäre die einfach nur schnell sein müssen, oder? Oh nein. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Aber okay. Haben wir erstmal noch nichts... Dann haben wir erstmal noch nichts verpasst, oder so. Außer, dass hier alles in die Luft fliegt. Oh, haben wir dabei. Weiter geht's. So, das schießt, glaube ich, automatisch. Das schießt, glaube ich, automatisch. Ah, da hätte ich... drüber springen müssen. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Das war... Das war nicht so gut. Hm. Mit Didi würde ich mich ja... wohler fühlen, weil dann könnte ich immer noch mal fliegen. So, das O gehört uns. Das O gehört uns. Der nächste Buchstabe ist das N. Das nächste Buchstabe... Der nächste Buchstabe ist das N. Das haben wir da. Sehr gut. Und noch mal. Gut, doch, 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 doch. Da geht alles kaputt. Wahnsinn. Moment, da unten ist ein Bonusfass. Habe ich gerade gesehen. Oh Gott, würde er Bananen einsammeln. Ah, das Leben brauche ich auch. Okay, drei Sekunden für Schluss haben wir unser viertes Puzzleteil bekommen. Der Bonus wäre auch abgehackt auf jeden Fall. Und vielleicht ein Speicher sogar, wenn wir Glück haben. Na, ich glaube nicht, oder? Ähm, wie komme ich... da hoch? Okay, das Puzzleteil haben wir. Brauchen wir aber nicht noch mal holen. Das müsste eigentlich das letzte gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Ja, fünf Puzzleteil haben wir. Jetzt müssen wir uns nur um die Kongo-Staben kümmern. Jetzt müssen wir uns nur um die Kongo-Staben kümmern. Das war das O. So, hier kann man ganz vorsichtig machen. Wir können mal ganz vorsichtig machen. Nur hier in das Fass rein. Das können wir noch mitnehmen. Das Ende nehmen wir mit. Jetzt wird nur noch das Gehe. Na boah. Warum springt der nicht in den Wagen rein? Donkey, was machst du? Okay, wir haben hier nur noch die einzelne Banane da. So. Wie gesagt, Puzzleteile haben wir alle. Wir müssen jetzt nur noch das Level... das Level spielen und... Ähm... Ja, wir müssen nur noch das Level spielen. Und, wie gesagt, Kongo-Staben... Hinsammeln... So, das... Das funktioniert alles. Das schießt automatisch. Ja, lass ich's mal lieber mit mir springen. Und da rein. Den kann ich mitnehmen. Hier rüber. Das N. Hier geht's wieder weiter. Wunderbar. Ja, brauchen wir jetzt schon mal. Das Bonus haben wir gehabt. Das Puzzleteil brauche ich... Das Puzzleteil brauche ich... Nicht nochmal suchen. Uns fehlt auch noch das Gehe. Da wäre das Geh gewesen. Aber ich glaube, da hätte ich in das Fasch bringen müssen. Und hätte... Und hätte... Ähm... Selber dann... Im richtigen Moment abschießen müssen. Ah, kein Problem. Kein Problem. Das kriegen wir hin. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Das ist ja noch nicht so viel Zeit vergangen. Lassen wir das nicht hinbekommen hier. Die Bananenbünze kann ich mitnehmen. Dann geht's hier rüber. Da ist schon das N. Da müssen wir rein. Wunderbar. Also ihr seht schon, was für eine... In was für eine Richtung das hier geht. So. Ich muss jetzt schauen, dass ich das Fasch... Fliege. Jawoll. Da sind wir durch. Und holen uns unser Leben. Und haben Welt 4.1 abgeschlossen. Zu 100%. Alle Kongo-Staben. Und alle 5 Puzzleteile. Und haben wieder ein wunderschönes Lorn-Level. Zusammengespielt. Und können dann im nächsten Part. Mit dem nächsten Level natürlich weitermachen. Sehr gut. Und wir brauchen auf jeden Fall... Oh, das ist 4.3. Wir müssen hier hoch. Genau. Wir müssen dort weitermachen. 4.2. Klammer. Affen. Pfad. Und das ist das nächste Level, was wir zusammen spielen werden. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Lasst einen Daumen nach oben da. Macht's gut. Euer Basti. Tschüssi. 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 Vielen Dank.